Loslassen, Akzeptieren, Leichtigkeit Schau, dass du für die nächsten Minuten nicht gestört wirst und mache es dir im Liegen oder im Sitzen gemütlich. Richte es dir so ein, dass es genau passt für dich. Wenn du eine gute Position gefunden hast, dann schließe sanft die Augen. Nimm die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst, bewusst wahr. Spüre, wie dein Körper mit jedem Ausatmen tiefer in die Unterlage sinkt. Atme ein paar Mal bewusst tief ein und lass den Alltagsstress mit dem Ausatmen abfließen und noch mal tief ein und den Stress abfließen lassen und ein letztes dann atme normal und natürlich weiter. Lasse dabei den Atem kommen und gehen ganz ohne ihn zu beeinflussen. Und nun stelle dir vor, wie sich der äußere Raum mit jedem Ausatmen ausdehnt, wie sich die Wände entfernen und so immer mehr Raum um dich herum entsteht. Lass den Raum sich ausdehnen, ausatmen und und Weite entstehen lassen. Und mit jedem Einatmen dehnt sich dein innerer Raum aus. Spüre, wie du immer weiter wirst, wie sich eine angenehme Weite innen wie außen einstellt. Einatmen, dein innerer Raum dehnt sich aus. Ausatmen, dein innerer Raum dehnt sich aus. Ausatmen, der äußere Raum wird ganz weit. Stell dir nun vor, wie die Grenzen zwischen innen und außen fließend werden, ineinander übergehen und schließlich nicht mehr wahrnehmbar sind. Du spürst nur noch grenzenlose Weite, unendliche Weite, unendliche Freiheit. Mach dir keine Gedanken darüber, ob du es richtig machst. So wie du es machst, ist es jetzt für dich richtig. Lasse alle Ängste und alle Sorgen los. Einfach durch deine Absicht. Mit dem nächsten Ausatmen lasse deine Ängste und Sorgen einfach abfließen. Lasse los. Setze innerlich die Absicht, ich gebe frei, was ich festhalte. Ich löse, was mich bindet. Ich werfe ab, was mich beschwert. Ich überschreite, was mich einschränkt. Ich verabschiede, was vergangen ist. Und erneut atme tief ein und lösend aus. Gib ab. Übergebe deine Sorgen an die Erde, die dich trägt. Spüre, wie sie förmlich aus dir herausfließen. Loslassen. Loslassen ist aber auch akzeptieren. Akzeptieren, was ist? Das So-Sein annehmen. Lasse mit einem tiefen Ausatmen all deine Erwartungen, Ängste, Sorgen, Widerstände gegen das, was ist, gehen. Atme tief ein und lass los. Lasse mit jedem Ausatmen mehr und mehr los. Lass los und nimm wahr, wie du leichter wirst. Vielleicht spürst du sogar, als würdest du leicht über der Unterlage schweben. leicht wie eine Feder oder du schwebst in deiner Fantasie wie ein Vogel hoch über den Wolken. Spürst, wie dich der Wind sanft umhüllt und dich trägt. Spüre, wie du Stück für Stück mit jedem Ausatmen leichter, gelassener und freier wirst. Hier oben gibt es keine Grenzen. Nichts, das dich hindert zu fliegen. Nichts, das dich beschwert. Nichts, das dich belastet. Du bist einfach frei. Genieße noch einige Momente dieses Gefühl von Freiheit, von Weite, von Gelassenheit, von Schweben. Spüre, wie der Wind um dich herum strömt und die Sonne dich wärmt. Betrachte die Welt von hier oben aus diesem Abstand. Bleibe gelassen und du bist frei. Genieße es zu schweben in dieser luftigen Höhe, wo dich nichts beschränkt, wo dich nichts einengt. hindert zu sein, der du bist. Frei, leicht, gelassen. Frei, leicht, gelassen. Und du bist frei. Und du bist frei. Und du bist frei. livestream, nachherzustellen. Sch002. chimney secure. Du bist frei. Glühle,02. Liebe, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Ton der Klangschale kehrst du zurück ins Hier und Jetzt und spürst wieder die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Wenn du magst und noch Zeit hast, kannst du mit geschlossenen Augen sitzen oder liegen bleiben und noch etwas nachspüren. Ansonsten öffne langsam die Augen und sei wieder voll und ganz im Raum, in dem du dich befindest, angekommen. Untertitelung des ZDF, 2020